Willkommen zum zweiten Teil des Podcasts, wie werde ich besser in CSGO. Im ersten Teil haben wir über Dinge gesprochen, die man macht, um sich selbst bei dem Besserwerden auszubremsen. Also sprich, warum werde ich nicht besser in CSGO, obwohl ich die ganze Zeit trainiere, übe und so weiter und so fort. Diesen ersten Teil solltet ihr gesehen haben, um jetzt nicht beim zweiten Teil genau diese Fehler zu machen. Ach und übrigens, heute Donnerstag ist ab 18 Uhr wieder Livestream bis ca. 21 Uhr. Ihr könnt mit am Stiesel sein, einfach kurz hier das Video unterbrechen und dazu kommen, der Link ist in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Danach könnt ihr ja weiter gucken. Hier im zweiten Teil werde ich nun direkte Dinge ansprechen, die man machen kann, um seinen Skill zu verbessern. Wobei einige dieser Sachen bzw. der Großteil dieser Sachen so ausarten kann, dass entweder dieses Video ewig lang werden würde oder ich viel zu wenig bespreche. Darum werde ich für die einzelnen Dinge dann auch nochmal extra Videos machen. Da z.B. das Thema Aiming so groß ist, also so viele Dinge umfasst, dass es sehr schwer ist, das jetzt hier komplett zu beschreiben und dann noch auf alles andere einzugehen. Dann wird das hier easy 20, 30, vielleicht sogar 40 Minuten lang werden und ich kenne euch, ihr regt euch ja schon auf, wenn es 15 Minuten sind. Also fangen wir darum direkt an. Der größte und wichtigste Punkt, der alles andere beeinflusst, ist die Game Sense bzw. das Spielverständnis. Wie gut ihr das Spiel versteht. Denn trotz einem richtig guten Aim, trotz gutem Movement usw. usf. kriegt ihr hart auf die Fresse, wenn ihr überhaupt nicht wisst, was im Spiel gerade vor sich geht. Denn dann könnt ihr euer Aim z.B. gar nicht ausnutzen, da ihr dann möglicherweise mit dem Rücken zu einem Gegner steht oder gerade mit dem Knife in der Hand irgendwo hinlauft oder sonst irgendwas Bescheuertes macht. Und euren Skill, den ihr an sich habt und den ihr vor allem vielleicht auf anderen Maps habt, auf dieser neuen Map, die ihr dann vielleicht in dem Moment spielt, überhaupt nicht einsetzen könnt, weil euch die Game Sense, Map Knowledge usw. dort fehlen oder fehlt. Darum besprechen wir auch zuallererst mal die Game Sense. Also was bedeutet das überhaupt? Auf Deutsch könnte man auch einfach Spielverständnis sagen. Es geht also bei der Game Sense darum, wie gut ihr das Spiel überhaupt versteht, in dem ihr euch gerade befindet. In einem direkten Beispiel wäre das, wie gut ihr wisst oder herauslesen könnt, wann ihr irgendwo hinrotieren sollt, wann ihr wo stehen solltet, welchen Spot oder welchen Winkel ihr in welchem Moment up-aimt sollt. Also kurzum, wie ihr überhaupt reagieren sollt, um richtig zu reagieren. Und um dann eben eure sonstigen Skills, wie Aiming, Nades und Flashschmeißen usw. dann richtig nutzen zu können. Ohne Game Sense ist der Rest mehr oder weniger nicht viel wert, weil ihr einfach ins Leere lauft, ins Leere schießt und überhaupt nicht wisst, was Sache ist. Die Game Sense ist leider das, was am schwierigsten aufzubauen ist. Da man das, so wie die anderen Dinge, auch einfach nur durch Erfahrungen lernt und eben auch viele gute wie auch schlechte Erfahrungen machen muss, um richtig zu verstehen, wie was funktioniert. Ganz vorneweg ist wichtig zu sagen, dass die Game Sense von der Map abhängt. Ihr könnt auf einer Map, also eure Hausmap zum Beispiel, der absolute König sein. Das heißt, ihr habt so eine hohe Game Sense, dass ihr genau wisst, wann ein Gegner frühestens wo erscheinen kann. Damit ihr ihn sogar ohne ihn zu sehen killen könnt durch eine Wand. Im Laufen. Und ich spreche ja nicht von Standard-Wallbang-Spots, wo man dann halt jemanden killen kann, der gerade eine Bombe plantet oder wo jemand vielleicht öfter mal kämpft oder so, sondern wirklich Spots, durch die Gegner einfach nur durchlaufen oder an denen die Gegner vorbeilaufen. Solche Dinge gibt es, wenn ihr halt ein richtiger King auf der Map seid, also die Game Sense des Grauens habt. Durch eine hohe Game Sense auf einer bestimmten Map könnt ihr auch für euch selbst gute Timing- und Lackmomente erschaffen. Also ihr könnt eurem Lack dadurch verhelfen, weil ihr halt eher wisst, wann wohl ein Feind wo stehen kann. Wenn ihr auf einer Map spielt, die ihr überhaupt nicht kennt, dann könnt ihr vom Aiming her zum Beispiel extrem gut sein. Ihr werdet aber nicht viel geschissen bekommen, zumindest nicht in den ersten paar Runden, weil ihr da rumtappst und überhaupt nicht wisst, wo ihr hin-aimen müsst, wo die Gegner kommen können und wann die Gegner kommen können. Sprich, ihr lauft durch die Map und werdet einfach von irgendwoher gekillt. Ihr wisst überhaupt nicht, was passiert ist, ihr wisst gar nicht, wo der Gegner stand, ihr wusstet gar nicht, dass man da hingehen kann, wo er stand und so weiter und so fort. Das ist das einfachste Beispiel dafür, dass die Game Sense extrem stark von der Map abhängt. Die Game Sense besteht natürlich auch aus Dingen, die nicht map-spezifisch sind, also wie zum Beispiel zu wissen, wann man eine Bombe noch defusen kann, beziehungsweise herauszuhören, wie lange eine Bombe noch tickt, bis sie explodiert. Das ist auch ein Game Sense Beispiel, das ich extrem gerne bringe. Und zwar folgende Situation, ihr spielt auf Cash und die Tees haben die Bombe gelegt, man hört, dass sie noch circa 15 Sekunden lang tickt. Ihr habt keinen defusen, ihr seid der letzte Überlebende und habt zwei Terroristen als Gegner noch. Man versucht sein Bestes und geht on-spot und killt den Terroristen, der bei der Bombe stand. Jetzt sind noch ungefähr 12 Sekunden oder 11 Sekunden Zeit. Ihr steht direkt bei der Bombe und wisst schon mal, dass on-spot kein Terrorist mehr steht. Der letzte Gegner ist also irgendwo, ihr wisst nicht wo. Die Bombe ist direkt rechts auf dem Spot hinter der Kiste gelegt. Ihr könnt also für das erste defusen, ohne direkt angeschossen zu werden. Ihr beginnt zu defusen und die Zeit zählt runter. 9, 8, 7. So, und dann hört ihr auf einmal, wie oben das Glas zerbricht zwischen Sunroom und dem Base-Bot und dann der Flash durchkommt. Ihr seid nicht wirklich geflasht, weil ihr ja gerade auf die Bombe schaut. Es piepst ein bisschen und ihr hört den Gegner steppen. Und zwar, wie er mit voller Gewalt aus Sunroom rausrennt, um zu euch zu kommen. Ein Spieler mit Game Sense würde direkt erkennen, dass die Situation aussichtslos ist oder wäre, wenn er aufhört zu defusen. Er kann die Runde nur noch gewinnen, indem er weiter defust. Ein Spieler mit weniger Game Sense würde überhaupt nicht daran denken, er hört nur, oh, das sette ein Gegner. Oder vielleicht schießt er sogar schon, also vielleicht, um einem Angst zu machen, kommt er schon schießend angerannt. Selbst wenn noch eine Wand zwischen beiden Spielern besteht, sowas kann man machen, um eben den defusenden ein bisschen unter Druck zu setzen. Und dann gibt es Spieler, die hören auf und wollen vielleicht noch den Kill holen. Und das ist halt der Tod. Denn selbst wenn man den Kill holt, hat man die Runde verloren. Man hat sie in der Sekunde weggeworfen, in der man aufhört zu defusen. Denn man hat keine Zeit mehr, weiter zu defusen. Das heißt, man kann nur gewinnen, indem man defust. In dieser speziellen Situation braucht ihr eigentlich ausschließlich Game Sense. Der Gegner wird kaum noch bei euch ankommen, bis ihr durchdefust habt, wenn ihr euch passend hingestellt habt. Die gleiche Situation gibt es natürlich auch mit einem Gegner, der in der Nähe von euch steht oder halt näher an euch dran steht, der also auch an euch dran ballern kann. Ihr seid vielleicht zur Hälfte in einer Smoke oder er ist gesmoged oder ihr seid ganz gesmoged. Und da zählt natürlich auch noch einiges an Glück mit rein, dass der Gegner euch schlicht und ergreifend nicht killt. Trotzdem müsst ihr da genug Game Sense haben, in der gleichen Situation, zu erkennen, dass es nichts bringt, aufzuhören mit dem Defuse. Das bringt also außer den Loose. Mehr bringt es euch nicht. Genauso gut muss man natürlich auch erkennen, wann es Zeit ist, vielleicht erstmal nur anzufaken und dann nochmal jemanden zu killen. Bevor man dann schlussendlich defust. Das ist das Gegenbeispiel davon. Was natürlich auch für Game Sense spricht, das kommt halt auf die Zeit drauf an. Und das muss man natürlich im Ohr haben, wie lange die Bombe wohl noch tickt. Sowas lernt man über Tutorials, die gibt es. Also wann die Bombe, wie tickt, das hört man sich halt so oft an und lernt es auswendig. Natürlich lernt man es auch einfach durch Erfahrungen, also durch viele Spielen und darauf achten. Und man kann sich, glaube ich, auch Hinweise von CSGO anschalten. Zumindest war da früher was am Start, dass es halt hieß, oh oh, jetzt geht es aber gleich hoch und so weiter. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher, inwiefern das überhaupt noch möglich ist. Das ging früher, keine Ahnung, ob das heute noch geht. Ja, für Game Sense gibt es noch zigtausend andere Beispiele, da Game Sense durchgehend am Rattern ist im Spiel, während ihr spielt. Ihr habt durchgehend mit Game Sense zu tun. Ihr müsst auf euer Verständnis hören, auf euer Spielverständnis und eben keinen Schmarrn machen, sondern wirklich nach dem Spielverständnis gehen. Das ist wie rechnen. Und gehen wir mal davon aus, jemand hätte eine hundertprozentige Game Sense, der würde wahrscheinlich niemals erschossen werden, weil er dem Gegner immer zuvorkommt. Weil er genau weiß, wo die Gegner sind oder ziemlich genau weiß, wann die Gegner wo erscheinen und der immer richtig stehen könnte. Aber so jemanden gibt es natürlich nicht. Die perfekte Game Sense hat niemand. Das wäre eben eine Maschine, die alle Informationen hat. Und das hat man ja nun mal nicht am Start. Wo jeder Gegner auf den Millimeter genau im Moment steht und wo der hin aimt und wo er hingeht, dann könnte man natürlich alles perfekt kontern. Die Game Sense lernt ihr, wie eben schon erwähnt, während dem Spielen. Und wohlgemerkt während dem Matchmaking-Spielen. Im Deathmatch bringt euch das nicht viel. Das ist so ein Durcheinander, da hat das keinen Sinn. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass die Map-Kenntnis, also die Map-Mor-Lodge, dazukommt. Und diese Map-Kenntnis ist eben auch im Thema Aiming mit dabei. Also euer Aiming ist natürlich ein Riesenpunkt. Das Aiming muss schon irgendwie vorhanden sein. Sonst hat man ein Problem. Da könnt ihr so viel Spielverständnis haben, wie ihr wollt. Wenn ihr den Gegner zuvor kommt, also sprich, ihr seht den Gegner von hinten und der steht vielleicht doch gerade ganz still. Und ihr ihn dann aber nicht killen könnt, weil ihr überhaupt keinen Aim habt, dann ist es natürlich schmarrn. Es sollte schon auch Aim vorhanden sein. Das Aiming ist ein Riesenpunkt. Es ist unterteilt in, ich würde sagen, drei, vier oder gar fünf Punkte. Also es gibt einmal natürlich Spray-Control, dass ihr wisst, wie das Spray-Pattern eurer Waffe ist. Also sprich, ihr schießt mit der AK einfach Dauerfeuer in eine Wand und dann seht ihr ja, wohin die schießt, wohin das Spray geht von alleine. Es gibt dafür auch extra Trainingsmaps, um das zu lernen und um eben dagegen zu wirken. Wenn eine Waffe zum Beispiel einfach nur gerade hochsprayen würde, dann könntet ihr, um dem entgegenzuwirken, das Fadenkreuz dann dementsprechend runterziehen, um immer gerade auszuschießen. Das ist das einfachste Beispiel, um das zu verdeutlichen, was Spray-Control überhaupt bedeutet und was ein Spray-Pattern ist. Das Pattern ist schlicht und ergreifend einfach das Muster. Also das ist die direkte Übersetzung. Also das Dauerfeuer-Muster, das hier Waffe macht, wenn ihr in einen Hintergrund schießt. Und dazu gibt es, wie gesagt, Maps, die euch das beibringen. Dann gibt es noch das Crosshair-Placement und das ist wiederum gekoppelt mit Map-Knowledge. Weil beim Crosshair-Placement, also auf Deutsch die Fadenkreuz-Platzierung, da geht es darum, wie ihr euer Fadenkreuz platziert, bevor ihr überhaupt einen Gegner seht. Und da ist der einfachste Tipp, den man geben kann, auf Kopfhöhe. Damit ihr also direkt, falls ein Gegner in eurem Fadenkreuz auftaucht, beziehungsweise ihr auf einen Gegner aimt, auf Kopfhöhe seid, also nur noch einmal tappen müsst und der Gegner ist tot. Beziehungsweise einmal tappt, um den Headshot zu machen, dann etwas nach unten ziehen und dann eben Dauerfeuer auf den Körper, um ihn dann komplett zu legen. Und dieses Crosshair-Placement funktioniert nur richtig, wenn ihr das Map-Knowledge habt. Also wenn ihr wisst, wo die Gegner auf der Map überhaupt stehen können, also sprich, welche Ecken ihr up-aimt solltet. Up-aimt bedeutet, ihr aimt schon in diese Richtung, bevor ihr da hinlauft. Damit ihr auch bereits durch die Wand praktisch schon auf dem Kopf wehret. Oder eben sofort bei Sichtung auf dem Kopf seid und in die richtige Ecke zielt und nicht irgendwie am Gegner vorbei. Ihr müsst auch die Winkel kennen. Also in welchem Winkel, an welcher Kante ihr Stück für Stück die einzelnen Ecken, beziehungsweise Winkel, up-aimt könnt. Und wie weit ihr dann wiederum nach vorne gehen müsst, um dann wieder die nächsten Winkel zu haben und so weiter und so fort. Und auch im Umkehrschluss zu wissen, aus welchen Winkeln ihr getroffen werden könnt. Und das haltet ihr natürlich am besten immer bei 1, die Zahl. Und zwar ist der Winkel, aus dem ihr getroffen werden könnt, oder die Ecke, aus der jemand auf euch schießen kann, das sollte die Ecke sein, die ihr auch up-aimt. Und wenn ihr aus zwei Ecken getroffen werden könntet, dann ist das schon mal schlecht. Weil ihr könnt nur eine up-aimt gleichzeitig. Und wenn ein Gegner in der anderen steht, seid ihr dann halt schon tot. Egal wie gut euer Aiming ist, wir gehen davon aus, dass das Aiming des Gegners nicht schlecht ist. Und sobald ihr sichtbar seid, seid ihr hinüber. Und das sollte nicht passieren. Darum Map-Knowledge. Wo, wie, wann und vielleicht auch warum Gegner stehen können. Dann gibt's noch den Punkt Movement, der einmal ein eigener Punkt ist, wirklich auf das Movement bezogen. Also auf Dinge wie, schafft ihr es direkt auf Anhieb, auf eine Kiste hochzuspringen oder auf irgendeinen Absatz hochzuspringen, damit ihr nicht ins Stocken geratet. Ein Beispiel dafür wäre auf das 2 in der Mitte, die Kiste, um von der Kiste eben hochzukommen, auf Short. Auf das kleine Mäuerchen von Short. Da ist es halt sehr, sehr bitter, wenn ihr den Sprung nicht direkt schafft und dann beim zweiten Mal ist auf einmal jemand auf Mitte am Start, ein Gegner und der killt euch dann. Und ihr nehmt auch den gesamten Speed eurer Mates heraus, wenn mehrere da lang wollen. Das ist halt bitter. Also solche Movement-Fails dürfen nicht passieren. Und dann eben der ganze normale andere Kram. Laufen sollte man können, springen und eben gescheit von A nach B kommen und dann nicht irgendwie rumdödeln und Leute blocken. Das Ganze kann man natürlich auch noch deutlich verfeilert darstellen und dazu ein richtiges Video machen. Das werde ich vielleicht auch zum Movement machen, falls es da Fragen gibt, beziehungsweise ich werde mich selbst nochmal ein bisschen informieren und schauen. Aber da das Movement auch ein großer Teil vom Aiming ist, ist es im Aiming auf jeden Fall mit drin. Und da ist es halt ganz wichtig, dass ihr zum Beispiel nicht rumrennt, vor allem nicht geradeaus lauft, während ihr schießt. Das ist so der Fehler, den Anfänger machen. Das macht überhaupt keinen Sinn, beim Schießen zu rennen. Wenn ihr ne MP habt oder ne Pistol, da ist das nochmal ein bisschen was anderes. Das verzeiht etwas mehr, aber mit einer AK in der Hand oder einer M4 geradeaus rennen und ballern, ist kompletter Quatsch. Also die schießt dann irgendwo hin, das kann man dann nicht mehr wirklich steuern. Also eigentlich gar nicht. Ich glaube, es ist dann fast random. Da gibt es auch so viele Sachen, so viele Peak-Möglichkeiten auch, Jiggle Peak, dass ihr immer wieder so kurz um die Ecke guckt. Beim Schießen solltet ihr darauf achten, dass ihr zum Beispiel stehen bleibt, schießt und dann einen Schritt macht nach links oder rechts, dann wieder stehen bleiben, schießen, wieder einen Schritt stehen bleiben, schießen. Solche Dinge. Ihr solltet auch nicht zu lange natürlich stehen bleiben in einem Feuergefecht, weil ihr da ein sehr leichtes Ziel seid. Der Gegner muss, wenn er euch nicht direkt einen Headshot gibt, ein, zwei, vielleicht dreimal nachsetzen oder nachaimen und dann hat er euren Kopf. Also ihr solltet auch immer wieder eben in Bewegung bleiben in einem Feuergefecht und nicht einfach nur in der Gegend rumstehen. Und ja, was ist im Aiming noch drin? Muskelgedächtnis natürlich. Das lernt ihr auch nur durch Training. Das Muskelgedächtnis könnt ihr auf Maps wie Aimbots lernen, aber ihr könnt auch einfach ein Deathmatch spielen. Also sprich, ihr solltet euch aufwärmen, auch vor euren wichtigen Spielen, wenn ihr halt im Matchmaking wirklich vorankommen wollt. Dann solltet ihr nicht einfach nackt da reingehen, weil dieses Muskelgedächtnis zwar vorhanden ist, aber erst hochfahren muss. Das könnt ihr eben am besten machen, wenn ihr eine Runde Deathmatch spielt. Ihr müsst jetzt nicht eine ganze Runde Deathmatch spielen oder auch Arms Race, da geht's übrigens auch. Es ist nur wichtig, dass ihr halt am Stück spielen könnt, um das Muskelgedächtnis richtig am Start zu haben. Um es aufzubauen wie auch aufzuwärmen, ist es gut, wenn ihr halt dann durchgehen ballern könnt. Und nicht, oh, ich bin tot, ich muss warten, bis alle fertig gespielt haben. Und da ist halt Deathmatch, Arms Race oder Aimbots oder generell solche Maps wie Aimbots sind dann natürlich optimal. Es gibt ganz, ganz viele Warm-Up-Maps im CSGO-Workshop. Da müsst ihr nur ein bisschen rumstöbern und für euch die tollste finden. Da ist dann eben auch wieder ein Wort gefallen mit Aufwärmen. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich hatte auch schon Spiele, da bin ich ohne Aufwärmphase rein und hab gedrückt wie ein Schniedelkönig. Und dann gibt's Spiele, wo ich ohne Aufwärmphase reingehe und ich bin nackt, also komplett im Arsch. Und es gibt auch Spiele, wo ich mit Aufwärmen reinkomme und dann trotzdem verkacke. Also ich bin aber auch ein schlechtes Beispiel, weil ich einen sehr inkonsistenten Skill hab. Alleine schon, weil ich halt immer unter anderen Umständen spiele oder spielen muss. Darum bin ich da ein schlechtes Beispiel. Alles in allem ist Aufwärmen natürlich immer von Vorteil. Das Map-Wissen hab ich ja schon erwähnt. Das ist natürlich auch ein eigener Punkt, der nicht nur bei den anderen Punkten dabei ist, sondern das ist ein ganz eigener Punkt. Ihr solltet das auch lernen. Also ihr solltet euch Maps anschauen. Diese Maps lernen. Das könnt ihr durch eigenes Bespielen machen, wenn ihr alleine drüber rennt. Oder am besten schaut ihr euch auch ein paar Videos an und guckt, was halt andere Leute, die vielleicht etwas mehr Erfahrung haben, auf der Map zu sagen haben. Also, oh, hier aim ich übrigens immer hin, da steht eigentlich immer jemand. Oder da drüben muss man nicht so hin aimen und so weiter und so fort. Beziehungsweise Leute, die euch gewisse Maps einfach erklären, schlicht und ergreifend. Dazu hab ich auch ein paar Tutorials gemacht, aber bis jetzt nur für, ich glaube, drei Maps. Und zwar Cache, das 2 und Overpass. Ich werde euch die Tutorials auf jeden Fall verlinken. Diese Maps haben eigene Playlisten bekommen. Ich hab aber auch nochmal eine eigene Playlist zu diesen CSGO-Tutorials an sich. Die werde ich euch auch noch verlinken. Jetzt bin ich hier in der Rohaufnahme schon bei 20 Minuten. Und ich hab viel erzählt, inhaltlich aber nicht wirklich viel gesagt. Beziehungsweise Dinge gesagt, die ihr sicherlich eh schon kennt und könnt. Vielleicht ist es für den ein oder anderen Frischling nicht schlecht, das zu wissen. Aber ich muss wirklich eigene Videos für diese einzelnen Punkte machen, weil sie so riesig sind. Ich sag hier einfach nochmal ein paar Dinge, auf die man achten sollte auf jeden Fall. Ihr müsst Nades, Flashes und Smokes schmeißen können. Da geht es nicht um spezielle Ultra-Super-Duper-Teile wie, oh, ich schmeiß jetzt von Spawn auf den anderen Spawn eine Flash oder eine Smoke. Aber ihr solltet generell einfach mit Smokes, Flashes und Nades umgehen können. Also die einfachsten schmeißen können. Sie abdopsen lassen. Ihr müsst wissen, wie ihr die Nades zum Beispiel wo gegenschmeißen müsst, damit sie da abdopst und dann an den Ort fliegt, den ihr nicht sehen könnt. Von dem ihr auch nicht erschossen werden wollt, aber an den ihr eben eine Nade schmeißen wollt. Sowas geht auch durch Übungen, Map-Knowledge und so weiter und so fort. Das Refragging ist eine ganz wichtige Sache. Also dass ihr mit einem Maid zum Beispiel zusammen so lauft, dass dieser Maid direkt den Gegner killen kann, der euch möglicherweise killt. Oder umgekehrt, dass ihr den Gegner killt, der euren Maid killt. Sobald ihr in der Überzahl seid, also meinetwegen fünf Leute seid und die Gegner sind nur noch zu viert, könnt ihr mit Refrax das Spiel einfach gewinnen. In der Situation zum Beispiel, in der die Bombe gelegt ist und ihr fünf Terroristen seid gegen vier Cities, stellt ihr euch so hin, dass keiner von euch alleine stirbt, sondern dass ihr immer beisammen seid und direkt den Refrag machen könnt. Somit gewinnt ihr zu 100% die Runde. Außer ihr steht irgendwie bescheuert. Und bescheuert heißt, dass einer oder zwei Leute für fünf Winkel offen stehen. Die können dann natürlich einfach geholt werden, ohne dass ein Refrag geschieht. Das heißt also, ihr solltet euch auch so hinstellen, vor allem wenn die Gegner in der AWP haben, dass ihr jetzt nicht offen steht für ewig weite Distanzen, weil da ist ein Refrag ganz, ganz schwierig. Ihr stellt euch also in einem Bereich, der überschaubar ist und vor allem den ihr unter Kontrolle habt. Das ist auch wichtig, die Kontrolle über die einzelnen Areale der Map. Da stellt ihr euch so hin, dass ihr Refragen könnt. Und dass ihr noch die Bombe im Auge habt natürlich. Oder zumindest mit ein paar Steps direkt erreicht und halt nicht euch am City-Spawn versteckt oder so. Was das A und O noch ist, ist Geduld im Spiel. Schmeißt das Spiel nicht direkt hin, wenn es mal schlecht läuft. Also die Runde, sowie auch das gesamte Spiel. Es gibt Leute, die schmeißen eine Runde einfach weg, weil es halt gerade 6-0 steht. Dabei kannst du noch easy das 16-0 rausholen, wenn man das gesamte Ding umstellt und sagt, Jungs, jetzt müssen wir aber mal ganz anders rangehen an die Geschichte. Und das gesamte Spiel sollte man natürlich auch nicht hinschmeißen, nur weil man so ein paar Runden verloren hat oder eben ein paar Spiele verloren hat und sich dann sagt, ich gehe wieder Fortnite spielen oder so ein Kack. Ihr müsst Geduld haben. Man wird nicht einfach von einem Tag auf den anderen sehr gut. Es dauert ein bisschen. Und auch als guter Spieler bekommt man mal die Fresse poliert, weil es immer Spieler gibt, die besser sind als du. Das darf man nie vergessen. Ihr seid nie der Beste, sondern immer nur halt gut. Vielleicht auch sehr gut. Aber dann kommt jemand, der sehr, sehr gut ist. Mit seinem Team, das sehr, sehr gut ist. Und dann reißen die einen halt auseinander. So ist es. Kann man nichts machen. Natürlich sollte man auch callen. Wenn man callt, kann man die Teamdynamik verwässern und dadurch auch sein eigenes Spiel verbessern. Denn mit einer schlechten Teamdynamik spielt man mitunter auch schlechter. So ist es zumindest bei mir. Wenn die Teamdynamik einfach nicht da ist, wenn die Harmonie nicht da ist, Ja, ich brauche die Teamharmonie, dann ist mein eigener Skill auch gedämpft. Und natürlich solltet ihr auch im Umkehrschluss auf callende Mates eingehen. Wenn sich schon jemand bereit erklärt zu callen, dann macht mit. Geht darauf ein und freut euch, dass ihr jemanden habt, der callt. Lieber so ein Dödel-Call wie, wir gehen jetzt alle B mit MP, wie gar kein Call. Weil ohne Calls zerstreut ihr euch so sehr mit dem Team, dass das keinen Sinn macht. Ja, Timing habe ich ja vorhin schon angesprochen. Daran kann man sich selbst erarbeiten, durch die Game Sense natürlich. Und dann eben auch dementsprechend durch gutes Upaimen, also Crosshair Placement und so weiter und so fort. Da wäre im Speziellen noch dazu zu sagen, dass ihr euch ruhig Zeit lassen könnt, wenn ihr irgendwas upaimt. Jeder kennt die Momente, in denen man einen gewissen Winkel gute 5, 6, 7 Sekunden upaimt und dann davon ablässt. Und dann kommt der Feind. Wenn ihr nicht dazu veranlasst seid durch äußere Umstände, wie die Mates schreien, Komm schnell zu uns oder ihr hört jemanden hinter euch steppen. Wenn das alles nicht der Fall ist, dann lasst euch ruhig ein bisschen mehr Zeit. Aimt auch gerne mal 7, 8 oder 10 Sekunden einen Spot ab. Denn meistens liegt man mit seiner Intuition, mit der Deduktion, dass da jemand ist, weil ich dies und das davor gehört oder gesehen habe oder daraus schließe aus dem Spielverhalten. Meistens liegt man damit richtig. Nur mit dem Timing oftmals nicht. Wartet lieber noch ein bisschen länger ab und klatscht den Gegner dann. Dann seid froh, dass ihr gewartet habt, wie dass ihr halt wegaimt und genau dann kommt der Gegner raus. Bei mir ist das so oft, ich aim mit der AWP ab und ich bin halt einfach ein sehr hibbeliger Mensch und nach ein paar Sekunden kann ich nicht mehr still hingucken. Dann zoome ich erstmal aus, gehe links, rechts, zoome wieder rein und schon ist ein Gegner fast vor mir und ich bin einfach abgefuckt, hoch 10. Das sind saudumme Fehler, denen ich mir auch bewusst bin. Ich habe aber auch nicht den Anspruch, irgendwie extrem gut zu sein. Das ist bei mir auch nochmal eine spezielle andere Sache. Aber für Leute, die den Anspruch haben, macht diese Fehler nicht. Das ist bescheuert. Macht auch nicht immer das Gleiche. Denn Gegner stellen sich darauf ein, wenn ihr immer das Gleiche macht. Und die erwarten euch dann, weil sie ihre Gamesense dann spielen lassen. Und schon hast du ein Loch im Kopf. Und was, finde ich, der absolute Übertipp ist, ist folgender. Schaut euch eure Spiele an. Im Speziellen schlechte Spiele. Aus schlechten Spielen lernt man etwas mehr als aus guten Spielen. Bei guten Dingen merkt man meistens im Spiel schon, oh, das muss ich öfter machen, das war gut. Aber schlechte Dinge verdrängt man. Man weiß zwar, das Spiel war schlecht, man hat es im Hinterkopf, oh, da habe ich schlecht gespielt, sowas darf ich nicht mehr machen. Aber was man im Speziellen schlecht gemacht hat, das vergisst man oft. Und gerade, wenn ihr oft geholt werdet, einfach so, also nicht, wenn ihr Aim-Duelle verliert, sondern wenn ihr oft gekillt werdet aus Positionen, die ihr nicht erwartet, schaut da ganz, ganz sicher nochmal in die Spiele rein. Schreibt euch das auf. Oh, der Luz auf Cash vom Dienstag, den muss ich mir nochmal anschauen. Und dann guckt mal, was ihr da gemacht habt, was ihr da getrieben habt und was die Gegner getrieben haben. Und da wird ganz klar ersichtlich, dass man meistens dummdödeligen Kram macht. Also ein Maid stirbt auf Mitte und man bleibt einfach weiterhin, obwohl Mitte offen und ungedeckt ist, mit dem Rücken zur Mitte stehen. Und eben meinetwegen gerade von A-Spot Richtung Main auf Cash. Ich bin nach wie vor auf Cash in dem Gedankenexperiment. Und dann macht's Bub und du bist tot. Und dann schreibt man, ey, warum bist du in der Mitte? Was ist da los? Und dann sagt der Maid, ja, ich hab doch gesagt, ich bin tot. Und dann, ja stimmt, das hab ich gehört, aber ich hab nicht drüber nachgedacht. Schaut euch die Spiele an und guckt, warum ihr verloren habt. Warum ihr jetzt dieses Aim-Duell verloren habt und weshalb jetzt ein Gegner einfach so hinter euch kommen konnte und so weiter und so fort. Und dann überlegt genau, wie ihr das verbessern könnt. Der einfachste Fall bei sowas ist natürlich, ähm, schön laut reinzuhören in die Mates. Also die Mates auf laut haben, dass man hört, was sie sagen. Auch, äh, darauf zu hören, was sie sagen. Und sich dementsprechend dann eben auch zu verhalten. Also natürlich nicht mehr offen zu Positionen zu stehen, die nicht mehr geklärt sind. Da die gesamte Map aus Bereichen besteht, die gehalten werden von euch und euren Mates und die eben dann auch Stück für Stück erarbeitet oder aufgegeben werden, könnt ihr auch eigentlich halt immer sagen, von wo ihr beschossen werden könnt und von wo Gegner kommen können und von wo nicht. Und darum sollte es an sich nicht passieren, dass ihr einfach, uh, von irgendwo erschossen werdet. Wenn ihr auf Cash nicht Bescheid wisst, ob ein Gegner in Squeaky ist oder nicht, dann stellt euch nicht mit dem Rücken zu Squeaky hin, sondern habt Squeaky halt auch immer noch so ein bisschen im Fokus. Oder holt euch ein Mate dazu, falls euer Kollege auf A gestorben ist und es ganz sicher ist, dass B erstmal frei ist, dann holt euch halt noch einen Kollegen dazu, dass der irgendwo mit up-aimt. Weil wenn ihr alleine auf A steht und ihr habt Squeaky und Main und dann auch noch Mitte und vielleicht sogar noch City, weil vielleicht einer schon Mitte durchgeht, durch Z durch und dann bei K wieder oben hochkommt auf A, da seid ihr richtig gedödelt. Und das nimmt euch auch sehr viel Speicher weg, also oben in eurem Hirn. Wenn euch das bewusst ist und ihr wisst, ihr müsst auf so viele Dinge achten, dann achtet ihr auch auf so viele Dinge. Und euer Fokus, der davor auf 100% Richtung Main galt, der gilt auf einmal 25% Squeaky, 25% Main, 25% Mitte und 25% City. Und das ist schlecht, das ist ganz, ganz schlecht. Ihr merkt, die Dinge müssen einzeln angesprochen werden. Ich weiß gar nicht, ob ich alles hier drin lasse oder vielleicht sogar einiges wegschneide, da zu 100% eigene Videos zu den einzelnen Punkten kommen müssen. Aber ich denke, das Ansprechen der einzelnen Sachen hilft euch schon mal zu wissen, woran es eben liegt. Also, dass man sein Crosshair Placement verbessern muss, dass man sein Muskelgedächtnis aufwärmen sollte, dass man movementmäßig wirklich auf dem aktuellsten Stand sein sollte und nicht einfach im Laufen rumballert. Spray Control sollte am Start sein. Ihr solltet Nades und Flashes werfen können. Ihr solltet Map Knowledge haben. Ihr solltet aus Refraggen achten. Ihr solltet nicht immer das Gleiche machen. Callen und auf Callen da eingehen. Geduld, Timing und vor allem eben Game Sense, Game Sense, Game Sense. Ja, so war jetzt so gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich muss jetzt erstmal noch 8 Jahre dafür Gameplay aufnehmen, dass ich im Hintergrund laufen lassen kann. Naja, wir sehen uns. Vielen, vielen Dank. Und natürlich auch vielen Dank an meine Patreons und Kanalmitglieder. Macht's gut. Livestreams sind jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Muah! Warm-end- Warm-end- Warm-end-